Ich bin Thomas, seit über 20 Jahren auf der Taxe. Privat bin ich Fahrradfahrer. Ich kenne also beide Seiten im Straßenverkehr in Berlin. Die Situation für die Radfahrer ist stressig und gefährlich. Mehr Platz für Fahrradfahrer würde Stress abbauen, für alle Beteiligten. Also für mich als Autofahrer würde die Situation auch besser werden, weil sie eindeutiger wird, weil sie entkrampfter wird, weil jeder weiß, wo er hingehört. Also 100 pro für den Radentscheid.